Liebe Zuschauer, mein Name ist Christoph Wohlleben und ich melde mich hier aus Wismar, aus der Ladestraße 1b, direkt hinter dem Bushauptbahnhof, leicht zu finden, der sanierte Güterschuppen. Denn hier gibt es ein ganz besonderes Geschäft und hier dreht sich alles um die Füße. Denn seit 22 Jahren ist Gesunde Schuhe Hammerich in Wismar die Adresse für gesunde und für schicke Schuhe. Und eben seit sechs Jahren hier in der Ladestraße. Und bei mir ist jetzt Sabine Hammerich. Hallo. Hallo Herr Wohlleben. Frau Hammerich, Sie sind ein Familienunternehmen, 15 Mitarbeiter, zwei Auszubildende, sehr lobenswert. Und bei Ihnen geht es, der Name sagt es schon, um gesunde Schuhe, aber die sind auch noch schick. Richtig. Also wir beschäftigen uns mit Anfertigung von orthopädischen Schuhen, Einlagen. Das ist ein wirklich ganz wichtiger Bestandteil bei uns. Bewegungsanalysen machen wir, Kompressionsstrümpfe machen wir, wir versorgen Diabetiker. Aber auch seit vielen Jahren haben wir einen ganz tollen Bequemschuhhandel dabei. Der ist in den letzten sechs Jahren aufgrund der erweiterten Fläche auch toll gewachsen. Und wir haben eine große Auswahl an eben diesen Schuhen. Ja, heute gibt es hier alles von der klassischen Birkenstock über Turnschuhe bis hin zum edlen Lederschuh zum Beispiel oder auch zum Wanderschuh. Also da haben wir eine große, große Auswahl und Sie sorgen eben dafür, dass den Leuten der Schuh dann auch passt, machen zum Beispiel auch bei Joggern, Läufern eine Laufanalyse. Aber heute geht es um eine ganz besondere Klientel, die es selbst bei Ihnen ab und zu etwas schwerer hat. Und zwar ist das welche? Das sind die Kunden mit den kleinen und großen Früßen. Das betrifft die Herren und die Damen. Also es kommt eine Kundin in 36 oder hat auch eine 44 oder auch ein Herr in der 39 und dann wiederum in der 48. Und das sind Kunden, die wir leider nicht immer bedienen können. Und das ist natürlich etwas, was mir schmerzt und was wir auch gar nicht gerne sagen, dass wir, nein, wir können Ihnen keine Schuhe verkaufen. Und deswegen haben wir uns diesem Thema jetzt etwas genährt. Und dafür haben wir Sie drei Partner gewonnen, die wollen wir mal kurz erwähnen. Drei österreichische Schuhmarken. Genau, das ist die Firma Sink, Ganter und Hartjes. Die konnten wir hierfür gewinnen. Die stellen uns für diesen Zeitraum von 14 Tagen Schuhe zur Verfügung, um Ihnen ein großes Angebot zu unterbreiten. Diese haben einfach unterschiedliche Stiltypen und das ist natürlich ein großer, bunter Blumenstrauß, wie man hier schon sehen kann. Und das freut uns und ich hoffe, dass Sie das auch annehmen werden. Ja, hier kurz gezeigt. Sehr, sehr schickes Modell in ganz klein und in ganz groß. Oder hier zum Beispiel für den Alltag der Turnschuhe. Und natürlich, liebe Damen, auch wenn man abends mal etwas edler ausgeht, muss man auch einen großen Fuß und einen kleinen auch nicht verstecken, sondern kann ihn auch mal ein bisschen in Szene setzen. Wirklich sehr schick. Hier stehen jetzt ganz viele Damenschuhe, aber Herrenschuhe werden Sie auch im Angebot haben. Herrenschuhe haben wir auch im Angebot. Die haben wir jetzt hier einmal noch nicht stehen. Es ist auch noch nicht ganz alle Ware da, aber die kommt ja jetzt heute und morgen rein. Und auch, ich will Ihnen doch mal zeigen, dass es hier jetzt zum Beispiel eine Größe 44 im Damenbereich und es muss eben nicht immer nur schwarz sein. Und das, glaube ich, hoffen wir mit dieser tollen Aktion, die Kunden auch mal ein bisschen mit Schönschuhen begrüßen zu können. Genau diese Klientel muss nämlich häufig sehr, sehr weit fahren und dann in Lagerhallen-artigen Spezialgeschäften einkaufen. Nicht so schön oder im Internet und dann passt der Schuh am Ende doch nicht. Aber, meine Damen, meine Herren, vom 9. bis zum 21. April hier in Wismar bieten Sie bei Gesunde Schuhe Hammerich jetzt diese Größen an. Und ich lese die Größen nochmal genau vor. Damen 35 bis 37, Damen 42 bis 46 und Herren 39 bis 41 und 46 bis 50. Da sollte also eigentlich fast jeder dann was finden. Und haben Sie vor, diese Aktion zu wiederholen? Das wird sich dann nach dieser Aktion dann aufzeigen. Wenn ganz viele das angenommen haben, dann lässt sich das natürlich auch entsprechend ausbauen. Und das wäre natürlich meine oder ist meine Vision. Aber das hängt ein bisschen von Ihnen ab, liebe Zuschauer. Kommen Sie vorbei und finden Sie hoffentlich schön viele Schuhe. Und ich kann nur alle ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Auf unserer Internetseite können Sie nochmal die Aktion genau nachlesen, wann das ist. Und ja, und ich begrüße natürlich alle anderen Zuschauer auch ganz herzlich bei uns. Ja, genau. Auch wenn Sie mittelgroße Füße haben, können Sie in der Zeit hier vorbeikommen. Die Schuhe gibt es hier immer. Aber 9. bis 21. April, wenn Sie auf großem oder kleinem Fuße leben, dann schauen Sie hier vorbei. Und zwar egal, ob aus Wismar oder aus Rostock oder Schwerin. Denn durch den nahen Busbahnhof und den nahen Bahnhof ist gesunde Schuhe Hammerich für jeden gut zu erreichen. Frau Hammerich, ich bedanke mich. Ich mich auch.